Sehr verehrte Interessenten, wir laden Sie zu einer Videobesichtigung ein. Eines sehr schönen individuellen Büros oder Gewerberaum ist im Herzen von Frankfurt-Sachsenhausen, in der Nähe des Paradieshofes, mit den wunderbaren alten freigelegten Wänden, hellen Oberlichtern, das Objekt wird selbstverständlich noch frisch gestrichen. Hier geht es in den unteren Bereich mit Teeküche und getrennte WCs für Damen und Herren, da auch bei harter Arbeit sicherlich ein Päuschen gemacht werden muss. Untertitelung des ZDF, 2020